Innen drin, wo man Getränke kaufen konnte, hat er die ganze Zeit gereiert, also so zweimal, weil er gar nicht rauskam und dann hing da draußen, Freunde, der hing draußen und die ganze Zeit über das Schiff. Peace, meine Freunde, mein Name ist Jorginio und willkommen auf meinem Kanal zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, Freunde, heute kommen wir nochmal zu einer Schulstory. Ich habe es euch versprochen, dass diese Woche mindestens eine Real-Life-Story kommt oder eine Schulstory und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich eine Schulstory raushaue und ja, dann mal zu später Stunde, ich weiß nicht, vielleicht um 8 Uhr kommt es oder so, ist ja total irrelevant. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch darüber freut, könnt ihr mir ja mal zeigen mit einer Bewertung oder in den Kommentaren, ob ihr diese Serie feiert, aber Freunde, das soll nicht das Thema sein. Ja, im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall ein schönes, erspieltes Gameplay vom Sozialklan und ich habe in letzter Zeit so viel mit anderen gemacht und so weiter, von meiner Mutter kam, was mit meiner Schwester und so weiter und so fort und diesmal will ich wieder was Eigenes bringen. Jetzt auch mal ein bisschen auf Sparflamme, der Jojo muss ja auch hier mal zeigen, wer hier der King im Ring ist, Freunde. Und ja, heute erzähle ich euch auf jeden Fall was über meine Klassenfahrt. Ja, das war meine Abschlussfahrt und die war in Hamburg und lehnt euch auf jeden Fall zurück, Freunde. Ja, einfach mal zurücklehnen, zuhören und einfach die Show genießen. Ja, und zwar, Freunde, ja, das war damals in der zehnten Klasse. Ja, da bin ich einfach, habe ich mir gedacht, okay, alles klar, heute ist die Klassenfahrt. Habe mich natürlich bestens aufgerüstet. Ja, das war sowieso bei mir so ein bisschen, ne, du haftet euch auch schon mit auf Klassenfahrt oder nicht. Habe natürlich in der Schule sehr viel Scheiße gebaut, aber ich durfte dann doch mit, weil ich mich dann die letzten, ich glaube, drei Monate benommen habe. Und das war irgendwie, ja, der Pakt des Klassenlehrers. Der hat gesagt, ja, wenn du dich benimmst, dann darfst du mitkommen. Und das Lustige ist, wir sind nicht alleine als Klasse nach Hamburg gefahren, sondern mit der Parallelklasse. Und ich hatte auch viele Freunde in der Parallelklasse, deswegen war es schon echt geil, Alter. Und wir haben uns dann alle so einen Bus gemietet, ja, mit dem Bus ab nach Hamburg, nicht mit dem Zug oder so, sondern wirklich einen Bus, einen richtig großen Bus. Und es war schon so verdammt geil. Wir haben auf den Bus gewartet morgens, hatten alle unsere Fressalien mit, ne. Natürlich kein Alkohol dabei, weil unsere Taschenboden vorher kontrolliert, gerade bei den Leuten, wo man denen das zugetraut hat. War natürlich ein bisschen problematisch. Damit habe ich gerechnet und deswegen habe ich auch nichts mitgenommen. Zigaretten, gut, die hatte ich mit, aber die habe ich mir schon versteckt in der Jacke, in der Innentasche, ja. Man muss natürlich gucken, wo man bleibt. Und ja, auf jeden Fall ab in den Bus, ab da durch, Alter, ab nach Hamburg. War auf jeden Fall ein paar Stunden Fahrt, war richtig lustig. Sind auch durch Buchstuhude gefahren. Ja, da habe ich das erste Mal gesehen, dass es das gibt. So, und war auf jeden Fall schon eine lustige Fahrt, weil wir uns alle so gefreut. Und wir wussten nicht, was auf uns zukommt, ja. So, und dann sind wir auf jeden Fall in Hamburg angekommen. Und das war auch nicht direkt in Hamburg, das war in Stade. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ja. Stade ist auch direkt daneben von Hamburg. Und, ja, da sind wir da angekommen. Und da haben wir erstmal die Lage gecheckt, ja. Da wurde natürlich die Zimmerverteilung und so weiter. Und bei uns war es wirklich so, Freunde, ja. Man kam in die Jugendherberge rein, ja. Da konnte man nach links gehen, da war da auch so ein kleiner PC. Da konnte man Geld reinschmeißen, da konnte man im Internet hängen. Und dann war da so eine Tür, ja, wo nach rechts, da ging es nach rechts und nach links. Da war ein Zimmer und hier war ein Zimmer. So, und bei uns wurde es direkt so gemacht, dass rechts die Mädchen mussten und links die Jungs, ja. Damit die bloß nicht nachts miteinander kreuzen und hier, ne, Jigijigi machen und so weiter. Aber das hat uns sowieso nicht gejuckt, Freunde. Wir haben uns einfach gedacht, ja, gut, alles klar. Hier, Gökhan, Mason und Kevin, ja. Das waren die drei, die mit mir in meinem Zimmer waren richtig korrekte Leute. Damals, Freunde, zu dem Zeitpunkt, ne, übel gefeiert. Und wir waren wirklich die Asozialen aus der Klasse. Haben uns natürlich in diesem Zimmer eingenistet. Und war schon direkt lustig, Freunde, ja. War direkt lustig, weil ich wollte auf jeden Fall oben auf dem Hochbed liegen, ist natürlich klar. Und, ähm, da hatte ich oben auch so, weil die Schränke waren ja auch da, konnte ich oben auf den Schränken noch schön meine Sachen hinstellen und so. War auf jeden Fall ziemlich gemütlich. Und, ja, haben wir halt Zimmer, haben wir uns eingerichtet und so weiter. Und da wollte man natürlich checken. Da waren ja auch noch andere Klassen, ja, die, äh, Klassefahrt hatten. Und da haben wir mal geguckt, wer da ist und so weiter. Haben wir geguckt, okay, alles klar. Dies und das. Und, äh, da haben wir direkt mal einen Klassenlehrer gefragt. Und, wie sieht das aus? Dürfen wir ein bisschen rumlaufen draußen? Jetzt mal hier, äh, Stade unsicher machen? Der ist gar kein Problem. Aber wir sollten in unseren Klassen jeweils bleiben. Also, dass wir schon irgendwo Klassenfahrt haben mit unserer Klasse. Das heißt, also die Parallelklasse ist irgendwo rumgelaufen und unsere Klasse. Ja, musste wohl so sein. War aber auch kein Problem für uns. Und, weil ich hatte sowieso meinen besten Freund Mason in der Klasse. Und dann sind wir rumgelaufen, haben uns irgendwo eine Cocktailbar gesucht. Und dann haben wir uns auch irgendwann eine gefunden. Haben uns da reingechillt. Und, Freunde, wir saßen da wirklich keine 10 Minuten. Kriege ich einen Anruf auf meinem Handy, ja. Kriege ich so einen Anruf. Giorgio, Giorgio, bitte stell zur Jugendherberge. Hier ist gerade was passiert. Die Polizei ist da und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, what the fuck, was ist denn jetzt schon wieder passiert, Alter? Wir sind gerade mal 10 Minuten da. Hab mal Getränk bestellt. Musste ich direkt mal auf Ex austrinken. Hab natürlich was Alkoholfeiß genommen. Ist natürlich klar, Freunde, ne? So, und, äh, ja, dann sind wir direkt dahin. Und dann ist auf jeden Fall was richtig Krasses passiert. Und zwar ist die Parallelklasse, ist da rumgelaufen. Und auf einmal ist da wirklich eine Horde, ähm, ja, ich glaube, das waren, äh, so, äh, ja, so eine Horde richtig asozialer, richtig asozialer Menschen rumgelaufen. Und haben dann die angepöbelt. Wollten die abziehen, Handy und so weiter und so fort. Der eine hat, glaube ich, auch richtig das blaue Auge kassiert. Also, ich glaube, ein blaues Auge. Und die Nase war übel am Bluten. Also, sah schon ziemlich lecker aus. Und, ähm, ja, war zum einen lustig. Also, es war lustig, dass, äh, nicht, dass das passiert ist. Sondern, dass Regeln, äh, die Lehrer haben eigene Regeln gebrochen. Weil die haben gesagt, ja, ihr dürft nicht in andere, äh, Etagen rein, weil da andere Klassen sind. Das wurde natürlich dann aufgehoben, weil die haben gesagt, ja, passt mal auf, ist es zu gefährlich jetzt da draußen. Wir machen das so, die komplette, ähm, ja, Jugendherberge oder wie man das auch nennt, ist jetzt so offen für alle. Ja, man konnte auch in die anderen Klassen reingehen und so weiter und so fort. Und so hat man natürlich noch andere Leute kennengelernt. Unten wurde dann auch der Billardtisch aufgemacht und so weiter und so fort, was eigentlich nicht sein durfte. Und, ähm, da mussten wir halt da chillen. War aber auch gar kein Problem. Man hat, wie gesagt, Leute kennengelernt, wo man richtig viel Spaß hatte. Und natürlich auch Leute, die richtig behindert waren. Und, äh, man konnte dann hinten auch in die Garten rein und der war auch abgezäunt. Und da konnte keiner hin. Also, konnte keiner von außen rein, nur wenn man durch die Jugendherberge geht. Und, Freunde, es war echt so gechillt, ja. Also, ich hätte niemals gedacht, dass Klassenlehrer so geil drauf sein könnten. Weil ich hab sowieso dann die ganze Frau Börner da gesprochen. War richtig korrekt, die Frau. Das war ja die Klassenlehrerin von der Parallelklasse. Und, äh, die war natürlich auch Raucherin, so. Und, äh, wir wollten auch natürlich alle rauchen. Und, äh, dann haben wir uns immer so, ja, so einen Platz gesucht da draußen. So, da waren so ein bisschen Bäume, haben uns da hingestellt, haben alle geraucht. Und dann immer, wenn Frau Börner rauskam, hat die gesagt, Achtung, Lehrer kommt! Und so richtig gechillt, Freunde, ne. Also, hat dann immer so noch, weil es hieß ja, wenn man raucht oder Alkohol trinkt, dann fliegt man aus der Klasse. Also, da muss man nach Hause, da muss man ein Taxi zahlen und so weiter und so fort. Aber, das war da echt gechillt, man. Die Lehrer haben einfach mitgemacht. Und, äh, das war schon cool. Ich meine, ich hab mich da auch noch gebieft mit meinem Klassenlehrer, weil der wieder ein Problem damit hatte, dass ich so Kopftuch und Kappe anhatte. So, da fand er sehr ziemlich asozial. Aber mich hat's nicht gejuckt, so bin ich sogar zum Frühstückstisch gegangen. Und dann war da richtig terz, Freunde, richtig terz. Aber war mir scheißegal, ich bin rumgelaufen, wie ich wollte. Und, äh, was geht das ein Lehrer an? Jetzt mal ganz im Ernst, das geht ein Lehrer einen Scheißdreck an. Soll er doch selber rumlaufen mit seinem, äh, mit seiner engen Shorts, Freunde. Der ist jeden Morgen, ne, hat er seine engen Short angezogen, ja. Hat man seinen 3mm Penis gesehen, ist er dann natürlich so ein bisschen rumgejoggt. Ja, soll er sich doch darum kümmern und mich einfach in Ruhe lassen. Aber ich glaub, der war einfach unzufrieden mit seinem Leben. Man weiß es nicht, Freunde. Vielleicht hat die Frau ihn auch nicht mehr herangelassen. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall, am nächsten Tag haben wir direkt eine Radtour gemacht und das war so nice, Freunde. Ja, ich bin mit ein paar Freunden dann da langgefahren und wir haben dann so richtig so alle Songs gesungen. Und wir sind einfach durch und durch rumgefahren. War auf jeden Fall ziemlich lustig. War auch gar keine Probleme. Abends dann wieder das Billard gespielt und, äh, ja, rausgegangen, ein bisschen was getrunken und so weiter. Also, waren echt ganz gesittet, haben halt nur halt ab und zu geraucht. Aber wir haben uns eigentlich vollkommen benommen. Und, äh, war einfach echt so geile Aktion, Freunde. Echt, äh, waren nicht sehr, sehr schöne Klassenfahrt, wenn ich so darüber nachdenke. Danach, den Tag sind wir nach Helgoland. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Freunde, ja. Und da haben wir natürlich gedacht, okay, wenn wir nach Helgoland fahren, da ist ja nichts versteuert, ja. Also, wenn man da Zigaretten kauft, ja, da kostet zum Beispiel jetzt, äh, ein komplettes Pack Zigaretten, also so eine 10, 10 Schachtel, kosten da, ich glaub, 22 Euro, was in Deutschland so um die 40 Euro gekostet ist, hat. Ja, und da gab's auch, äh, Sex-Zigaretten, ne. Ja, da stand vorne auf der Verpackung Sex drauf. Haben wir es natürlich auch mal gegönnt. Und da gab's auch Alkoholflaschen, ne, Freunde. Da gab es Wodka, hier, äh, dieses ganz teure Wodka. Wodka Gorbatschow, ne. Freunde, eine Pulle. Die war wirklich so groß wie mein Oberkörper, ja. So für 30 oder 40 Euro. So 30 Liter Wodka. Das war schon richtig krass, wie günstig das da war. Und, ähm, wir haben aber nachher erfahren, dass der Zoll uns nachher kontrolliert. Und wir haben gedacht, scheiße, Alter. Ich hab mir schon zwei Stangen gekauft, Kollegen natürlich auch. Und, ähm, ja, wir haben gedacht, komm, lassen wir es einfach drauf ankommen. Lassen wir es einfach drauf ankommen, Freunde, ne. Und da sind wir natürlich zum Schiff wieder. Und, ja, ich muss sagen, Helgoland ist auf jeden Fall schön. War noch ganz oben, da war es richtig windig. Aber sind da auf Schiff und die haben uns gar nicht kontrolliert, weil wir einfach eine Klasse waren. Gott sei Dank, wir waren keine privaten Leute, die da einfach rumgelaufen sind. Die haben einfach nur mit den Lehrern kurz geredet. Und dann konnten wir direkt weitergehen. War auf jeden Fall schön, auch die Schifffahrt, Freunde, ne. So, die Schifffahrt zurück, da, bei einigen war ich schon bei der Hinfahrt richtig kritisch, Freunde. Er war schon richtig kritisch, weil ihnen schon richtig schlecht war. So, ich hatte gar kein Problem damit. Und, äh, da hat, Timo hieß einer, ja, der hat die ganze Zeit bei der Rückfahrt gereiert, Freunde. Und er erst mal innen drin, ja, wo man Getränke kaufen konnte, hat er die ganze Zeit gereiert. Also, so zweimal, weil er gar nicht rauskam. Und dann hing da draußen, Freunde, ne. Der hing draußen und die ganze Zeit über Schiff, äh, äh, alter, unnormal krass. Also, es war schon ziemlich lustig, ja. Also, wir haben schon sehr viel unternommen. Natürlich konnten wir jetzt nicht abends rausgehen und so weiter, weil die Lehrer Angst hatten. Die Polizei hat auch zu uns gesagt, ja, komm, bleib in der Jugendherberge. Aber man konnte genug Sachen machen, haben da Abendrückwettbewerb gemacht. Und, äh, halt, äh, konnten Billard spielen, Kicker und, äh, ja, ins Internet gehen. Also, war auf jeden Fall schon ganz cool. Man konnte da schon einiges machen. Ich erinnere mich sehr gerne an die Klassenfahrt zurück, wenn ich so darüber nachdenke. Und, äh, ja, so eine Abschlussfahrt ist doch echt nochmal was Geiles, ja. Da schweißt doch mal alles richtig krass zusammen, ja, mit Leuten, mit denen man sich gar nicht so gut verstanden hat. Das versteht man sich auch einfach super, weil man die Leute mal anders kennenlernt. Und, äh, ja, auch wo wir duschen waren, Freunde, ne. Duschen, Alter, das war einfach richtig lustig. So, da gab's natürlich, äh, den einen oder anderen, der hat sich dafür geschämt, da seinen Schwängel zu zeigen. Ich bin da rumgelaufen, Freunde, zack, 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 zack. Habt ihr mal ein bisschen rumklatschen lassen. Und was ich euch auch noch erzählen muss, ne. Hier, mein Klassenlehrer, der war natürlich ganz schlau, ne. Er hat sich gedacht, ja, natürlich, äh, wollen die Jungs abends, äh, entweichen, vielleicht rausgehen und so weiter und so fort. Und hat sich mit dem Stuhl einfach in den Gang reingestellt, wo die ganzen Jungs waren. Ja, und da hab ich gedacht, okay, ey, Jungs, ich guck jetzt mal draußen, ob es rein ist. Wir sind um drei Uhr gucken gegangen. Der saß da immer noch und hat ein Buch gelesen. Freunde, der hat ein Buch gelesen. Wir hatten gar keine Möglichkeit abzuhauen. Das war natürlich ein bisschen schade. Aber, wie gesagt, es war eine echt, äh, sehr, sehr schöne Klassenfahrt. Es ist, auch die Rückfahrt war richtig geil. Da sind welche schon echt, die waren so fertig an den Tagen, weil die so wenig gepennt haben. Da haben wir denen wirklich Penisse auf den Kopf gemalt mit einem Edding und so weiter und so fort. Und, äh, das Lustige war ja dann, dass wir dann angekommen sind. Dann standen da schon die Eltern. Dann sind die da wirklich mit so Penisfressen rausgegangen. Und die haben sich schon nur gedacht, oh mein Gott, was ist da passiert? Und da gibt es natürlich auch so Eltern, die so, oh nein, was ist mit meinem Kind passiert? So, und, ähm, ja, mir ist natürlich nichts passiert. Ich bin auch kurz eingeschlafen, Freunde. Auch, äh, echt, eine krasse Aktion. Ich bin eingeschlafen, hatte eine schwarze Boxer schon. Ich hatte früher immer so Baggy-Hosen an, ja, die hatten mir so unterm Arsch hängen. Bin so eingeschlafen, so, und die Sonne ist wirklich komplett so auf dem Bus am Schein gewesen. Und ich war so, lag da und hatte dann Sonnenbrand am Arsch, Freunde, ja. Weil das so, ja, schwarz zieht die Sonne ja richtig krass an. Und dann, Freunde, ich hatte Sonnenbrand zwischen den Arschbacken und so. Das war richtig heftig. Aber, wie gesagt, Freunde, es war richtig schön. Und, ja, ich finde, so eine Klassenfahrt sorgt immer dafür, dass man halt die Leute besser kennenlernt. Sollte man auch ein bisschen früher machen, finde ich. Als, ja, mal vielleicht so, wenn man als Klasse zusammengeschmissen wird, so nach, ja, drei Vierteljahren mal eine Klassenfahrt, ja. Damit man die Leute auch mal anders kennenlernt. Ja, man hat da Freunde echt gefunden, wo man gedacht hätte, das sind eigentlich voll die Spastis. Muss man mal sagen, Freunde. Und, ja, ihr könnt mal unten reinschreiben. Würde mich jetzt mal interessieren, Freunde. Macht ihr jetzt bald auch eine Klassenfahrt, wohin geht es, ja. Was macht ihr da? Oder für die Leute, die eine Klassenfahrt gemacht haben, schreibt das mal unten rein. Was habt ihr da gemacht? Würde mich mal echt interessieren, Freunde. Würde mich ja echt richtig krass über den Kommentar freuen. Und da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Haushalt. Und ich würde sagen, bis bald, aber nicht im Wald. Euer Jujinho und macht es gut. Euer Jujinho und macht es gut.